Moin moin, liebe Freunde der gefliegten Satisfactory-Unterhaltung. Willkommen zu einer neuen Folge von Factory Prime. Beim letzten Mal haben wir natürlich ordentlich was geschafft und so geht es heute auch wieder weiter. Wir machen eine kleine Exkursion, werden nochmal ein, zwei Festplatten uns holen. Dann geht es an das Kupfer-Redesign. Da stehen wir jetzt auch quasi dran. Da fehlt jetzt nochmal der Miner. Dann werden wir Beton-Redesign und ganz groß intelligente Beschichtungen craften, damit wir die Weltraum-Liftstufe 1 abschließen können. Wenn wir das haben, haben wir die Kupferbleche, die wir herstellen können und werden diese auch automatisieren. Und dann werden wir letztendlich mit dem Eisen-Redesign beginnen, denn wir benötigen Rotoren sowie als auch verstärkte Eisenplatten. Ja, hier stürze ich auch schon direkt ab, was dann so ein bisschen diese kleine Expedition promptet. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Hier hat man immer auch in der Natur so verschiedene, ich sag mal so Steps, so eine kleine Plattform, wo man dann ja nicht gleich in den Tod springt. Denkt aber auch wieder daran, es ist so, wenn ihr Vollenergie habt, könnt ihr nicht sterben. Hier an der Stelle seht ihr diesen Plasma-Spucker. Der ist natürlich für uns keine Gefahr, denn das Game ist auch passiv gestellt. Aber das ist einer der Generation 3, würde ich jetzt mal sagen, also einer der größeren. Den suche ich jetzt gerade, da ist er. Und ihr merkt schon, mit wie vielen Schlägen ich ihn erst beglücken muss, bis er tatsächlich aufgibt. Aber da kriegen wir dann diese Plasma-Spucker-Überreste. Und auch hier noch mal der Hinweis, in jedem Biom sehen die Plasma-Spucker ein wenig anders aus. Die nächsten paar Minuten werdet ihr miterleben, wie ich vergeblich versuche, oben auf diese Plattform zu springen. Ich stelle mich natürlich dabei auch sehr blöd an. Mit dem Blade Runner geht es eigentlich ganz gut. Ich versuche hier verschiedene Möglichkeiten von dieser Plattform aus, fall direkt runter. Ich bin einfach nur noch frustriert und schaffe es dann letztendlich, glaube ich, hier über so eine kleine Ecke, wo es denn geht. Und irgendwie so hoch springen. Ja, es ist einfach nur ein Trauerspiel, Leute. Nichtsdestotrotz, oben wartet dann die nächste Festplatte auf uns. Und Festplatten, wenn ihr sie entdeckt, einfach mitnehmen. Die sind später sehr wichtig für einige Produktionen, einige alternative Rezepte. Hier benötigen wir einen Rotor. Das ist aber kein Problem. Wir können uns ja ganz schnell über Produktion eine kleine Werkbank hinstellen. Und in der bauen wir uns dann schnell den Rotor. Das ist schnell gemacht. Und jetzt gucken wir rein. Aha, wir brauchen aber auch noch 10 Megawatt. Diese 10 Megawatt sind ganz einfach zu herzustellen oder zu providen. In dem Fall einfach einen Biomasse-Generator hin. Ein bisschen Blätter rein und kurz warten. Jetzt läuft es perfekt. Und zack, geht es auch auf. Die Festplatte ist unseres. Danach einfach wieder abbauen. Und es ist so, als wäre nie etwas gewesen. Jetzt kann man natürlich noch hier so ein bisschen diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Krabbenbrüter. Genau, das sind so Flugkrabben. So heißen sie nämlich. Nicht Bienen. Wobei ich irgendwie immer dazu neige, diese Bienen zu nennen, weil sie irgendwie so aussehen. Aber okay. Gut, damit hätten wir das jetzt hier auch fertig. Und jetzt werden wir den Heimweg antreten. Auf dem Weg dahin steht es euch natürlich frei. Diese Krabbenbrüter, die tun euch ja nichts, aber sie spawnen halt immer wieder. Sofern ihr halt nicht dieses Nest oder was auch immer ausschaltet. Irgendwann glaube ich, despawnen die halt auch, wenn das Nest nicht mehr da ist. Oder wenn ihr eine gewisse Meteranzahl von denen entfernt seid. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Das ist jetzt nur noch erstmal eine Vermutung. Genau. Und eigentlich so vom Design her. Hier wieder mal so ein Plasma-Spucker. Ihr seht, der hat das andere Design. Das ist der Wald-Spucker, nenne ich es mal so. Der spuckt jetzt keine Wälder, aber Plasma. Aber wohnt in dem Waldbiom. Deswegen ist er so ein bisschen grün. Hier haben wir auch noch ein bisschen, ich glaube Kohle war das. Und jetzt gehen wir entsprechend hier hoch. Also ich muss sagen, vom World Design sehr angenehm. Du hast halt immer irgendwie so kleine Rampen oder kleine Vorsprünge, wo du dann wieder zurück hochkommst. Und in dem Fall Northern Forest Übergang runter zu Spire Coast und so weiter. Ist schon gut designt. Kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, hier gerade auf dem Weg wieder zurück zur Base. Und wenn wir da sind, geht's weiter. In der Base angekommen, geht es jetzt an die Erforschung der Festplatte. Das machen wir direkt. Dauert übrigens 10 Minuten. Ist auch, glaube ich, das Einzige, was so lange dauert. Alles andere wurde jetzt auf 3 Sekunden herabgesetzt. Früher haben einige Forschungen im MAM teilweise 3 bis 5 Minuten gedauert. Jetzt ist das alles 3 Sekunden. Wir wandeln unsere Überreste jetzt in entsprechendes Protein und dann DNA um. Merke ich, glaube ich, auch gleich. Das ist das Protein. Ja, wir brauchen DNA. Gut, Schucki. Genau, die Alien-DNA-Kapsel. Was uns dann natürlich noch weitere Coupons beschert. Und mit diesen Coupons werden wir dann auch gleich mal eine Runde einkaufen gehen. Und mit diesen Coupons werden wir dann auch mal eine Runde einkaufen gehen. Eines der ersten Items, die man sich mit den Coupons holen kann, vor allem wenn man Skybasis baut, beziehungsweise recht oben ist, ist natürlich hier unter Architektur ganz klar die Fabrikleiter. Damit kann man ganz schnell ziemlich Höhen überwinden. Deswegen kostet 3 Coupons. Ist jetzt nicht günstig, aber hilft natürlich ungemein später bei der ganzen Fabrikaufbau. Und wenn man dann doch mal ein bisschen höher muss, teilweise eben auch wenn man Festplatten farben will, so kann man recht schnell Höhen überwinden. Jetzt geht es erstmal daran, tatsächlich den Kupferminer aufzubauen. Das werden wir jetzt auch gleich tun und entsprechend connecten. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Hier noch der kurze Check. Wird auch Kupfer produziert? Kommt Kupfer aus dem Miner raus? Tut es? Perfekt. So sind wir jetzt erstmal hier zufrieden. Später wird mir noch auffallen, dass ich da was vergessen habe. Aber das zu gegebener Zeit. Jetzt bemerke ich, oh Mensch, diese ganze Betonproduktion, die geht hier durch irgendeinen, ja, oder ganz knapp durch den Boden, ja, geht da durch. Gefällt mir alles nicht. Ergo ein kleines, ja, Redesign ist angesagt. Ja, das nehmen wir jetzt hier mal die Konstruktoren weg. Und wir können das auch noch ein bisschen besser aufziehen. Wie genau, erkläre ich euch gleich. Das ist mal wie immer, ihr könnt das alles wegnehmen. Und wenn dann die neue, sag ich mal, Produktion steht, dann erkläre ich euch noch einige Sachen dazu. Das ist mal wie immer, ihr könnt das alles wegnehmen. Wie vorhin schon angedeutet, hier kommt natürlich die Fabrikleiter jetzt zum Einsatz. Einfach, zack, schon bist du oben. Wollen wir nicht immer kurz wild hin und her springen. Und natürlich jetzt auch mit den entsprechenden Fabrik, nee, Blödsinn, Förderbandliften, haben wir jetzt hier eine super Möglichkeit, einfach diese Höhe zu überwinden. Ja, das werden wir jetzt auch gleich tun. Ja, mir fällt hoffentlich auf. Genau, dass das nicht so ganz von der Höhe her passt. Genau, und jetzt geht es weiter mit dem Aufbau der Betonproduktion. Ja, ich guckte es weiter mit dem Aufbau der Betoninfeld. Ja, ich gucke mich. Ja, ich gucke mich. Musik 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 So, nochmal ein paar Worte zur Betonproduktion. Wir haben jetzt Mark II Förderbänder jetzt von dem Miner runtergezogen, sodass jetzt hier unten pro Konstruktor 60 Kalksteine reingehen. Aber er verarbeitet ja nur 45. Ergo müssen wir ihn übertakten. Das mache ich mit der entsprechenden Energiechart. Ich weiß immer nicht, wie das heißt. Fragment. Und da oben würde ich es auf 150% übertakten, würde er das auf 67,5 Einheiten Kalksteininput grenzen. Wir brauchen aber nur 60. Deswegen sind 20 der Output. Und so machen wir 40 Beton die Minute. Wir brauchen halt unseren Energiechart und dann geht das auch. Wo wir am Anfang noch runtergetaktet haben, takten wir jetzt hoch und haben entsprechend einen erhöhten Betonoutput. Und da kommt uns natürlich zugute. Später brauchen wir halt natürlich Beton für unsere Plattformen. Und dementsprechend ist Beton zu haben immer wieder wichtig, gut und richtig. Musik Musik Nach ein wenig Housekeeping, was wir hier nochmal ein bisschen machen. Das heißt, also diese ganzen Sachen raus, die wir nicht benötigen, die kommt in unsere Kiste. Nochmal kurzer Check, wie sieht das hier aus mit den Biomasse? Läuft das alles? Soweit in Ordnung. Eine Festplatte haben wir noch. Wir haben Blütenblätter am Start. Das ist alles noch da. Und was als nächstes kommt, ist der Aufbau der kleinen Produktion für die intelligenten Beschichtungen. Da benötigen wir Fabrikatoren für. Entsprechenden Rotoren. Acht Stück und 16 Platten. Die werde ich jetzt kurz herstellen. Wieder kurzer Skip. Ihr seht es immer rechts in der To-Do-Liste. So, und das ist jetzt wirklich einfach nur, ich sag mal, hingeschissen. So, zack, die Dinger nebeneinander. Dann einfach Strom ran, intelligente Beschichtungen. Wir brauchen exakt 50 für die erste Stufe. Und dementsprechend, dadurch, dass die Ratio ziemlich dankbar ist, das heißt, für 50 intelligente Beschichtungen benötigen wir 50 Rotoren und 50 versteckte Eisenplatten. Und dementsprechend kann man das dann einfach so, ja, quasi schon per Hand vorcraften. Dann wirft man das da einfach rein, wartet ein bisschen und dann haben wir die 50. Hier möchte ich nochmal ganz kurz auf das neue Rezept eingehen. Die Festplatte wurde erforscht. Genietete Eisenplatte nehme ich hier. Kupferrotor ist einfach, ja, mag ich nicht so gerne. Hat natürlich wie immer seine Anwendung, aber ich halte gerne meine ganze Rotormotor-Stator-Produktion gerne auf Eisen. Dementsprechend wenig Kupfer, was ich da benutze, gar nicht eigentlich. Selbst der Draht, den ich sonst nutze, werde ich aus Eisen machen, aus Eisendraht. Und dementsprechend bin ich da immer so ein bisschen, ja. Die Festplatten-Auswahl eben war auch eher unterirdisch, muss ich sagen. Genietete Eisenplatte mit dem Draht, okay, ja, kann man machen, wenn man, also eliminiert die Schrauben. Und von daher, ja. Nebenbei seht ihr hier auch nochmal das MAM. Und ich sag's auch immer wieder, hier Amir-Postole gerade. Ist dann wichtig oder ist gut, wenn ihr denn auf Entfernung die Monster töten möchtet. Da wir die aber eh auf Passiv haben, ist es eigentlich ziemlich egal. Hier im MAM auch nochmal ganz wichtig zu sehen, die Erweiterung des Werkzeuggürtels, also dass ihr mehr Gegenstände in der Hand haben könnt. Und auf der anderen Seite die Erweiterung des Inventars, was persönlich für mich auch immer sehr wichtig ist, einfach damit ich mehr Materialien transportieren kann. So, jetzt ist es eigentlich nur noch eine Sache von abwarten, was passiert, beziehungsweise was ist mit den intelligenten Beschichtungen. Das dauert jetzt eine Zeit, bis die gebaut sind. Und danach sehen wir uns auch gleich wieder, sofern die dann fertig sind. Musik Musik So fertig sind sie zwar noch nicht, aber sie laufen und in der Zeit brauchen wir natürlich entsprechend den Weltraumlift, damit wir überhaupt diese Beschichtungen hochschicken können. Jetzt ist der Weltraumlift recht ressourcenintensiv. Ihr seht es auf der rechten Seite, 400 Eisenstangen, 1500 Draht, die wir so noch gar nicht haben. Dann 500 Beton, okay, die haben wir, 648 haben wir und Eisenplatten, davon haben wir über 1000. Das ist eigentlich für uns super. Ich habe übrigens vergessen, einen Kupferschmelzer anzuschließen und dementsprechend gab es auch nicht wirklich viel Draht. My bad, was jetzt natürlich dazu führt, dass wir noch ein bisschen länger warten müssen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Beton- und die Eisenplatten, die wir halt schon haben, wir brauchen aber trotzdem noch eine Oberfläche, wo wir halt den Weltraumlift eben platzieren möchten. Und die wird, ja richtig, auch Beton benötigen. Also ist es schon sehr gut, dass wir unsere Betonproduktion entsprechend erhöht haben. Als nächstes werden wir also quasi angehen, einen Platz für den Weltraumlift zu finden und den entsprechend mit Beton, Platten oder Fundamenten vorzubereiten. Musik 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 Als Fläche für den Weltraumlift habe ich mir hier oben die Position ausgesucht, einfach ja sozusagen als Fundament dient dieser Pfeiler. Leute mit Design ist nicht meine Welt, aber deswegen ich probiere es für euch. Manchmal kommen da ganz gute Sachen bei rum, manchmal nicht. Da seid ihr dann sozusagen der Judge, aber in dem Fall bauen wir hier oben jetzt erstmal den Weltraumlift an oder auf. Weltraumlift, soweit ich jetzt in Erinnerung habe Leute und nage mich bitte nicht drauf fest, aber ich glaube 7x7 oder 5x5, eins von beiden, muss man als Grundfläche einplanen. Man kann ihn, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen drüber positionieren, aber ich würde einfach mal, macht eine Grundfläche 7x7, ich glaube damit seid ihr safe und dann könnt ihr die Weltraumlift platzieren. So, wir machen das hier oben. Das ist natürlich auch wieder sehr betonintensiv und während ich das baue, lasse ich euch da mal einfach ein bisschen enjoyen, wie das weitergeht und bis der Weltraumlift dann am Ende steht und vor allem genießt mal die schöne Animation, wenn der Weltraumlift sich aufbaut. Finde ich, ist eine der schönsten Animationen im Spiel, kann man immer wieder genießen. Das war ja sowas. Das war ja sowas. Musik Musik Ihr merkt es schon, hier fehlt in erster Linie Draht, 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 ja, weil wir natürlich so ein bisschen oder ich verschlafen habe, dass der eine Schmelzer aus war, dementsprechend haben wir jetzt so ein kleines Drahtmangel oder Drahtmangel, den wir haben, kleiner Engpass, aber gleich, ich glaube, ich mache das noch per Hand, werde das noch einmal zu Ende craften und dann geht es halt auch schon an den Weltraumlift und ihr merkt und ja, ich verspreche euch auch, in diesen ersten, sage ich mal, Minuten, Stunden eines Playthroughs oder eines Plays macht man doch immer noch recht viel Handcrafting, gerade wenn man so ein bisschen rushen will, ansonsten ist es halt auch wieder warten, na klar kann man das alles übertakten und was nicht alles, aber am Ende muss man hier warten. So, übrigens, genau richtig, hier der Weltraumlift, wie ich ihn platziere, ich habe gerne den Eingang hier vorne, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, ja, links, rechts, ja, das ist halt, ne, ohne Hoverpack und so weiter immer ein bisschen wild, am liebsten müsste man es auch noch mit einem, schnell mit so einem Beobachtungsturm machen und irgendwann denke ich mir, okay, droppen wir den einfach so, zack. Und jetzt fliegen da die Sachen hin, ja, hier ist es so ein bisschen drüber, ne, das meine ich damit, aber jetzt kommt von oben aus dem Weltraum sozusagen so eine Art, ja, wenn sich ja Weltraumlift oder Weltraumfahrstuhl, Space Elevator, ne, und da kommt das Ding da runtergeschossen und diese Greifarme, also wirklich eine sehr geile Animation, ne, die grabben das denn, mach mir mal kurz ab. Die richten sich schon so ein bisschen aus, genau, da kommt jetzt das Ding und dann quasi drücken sich einfach nur diese Dinger dagegen, ne, die Funken sprühen und dann rastet das entsprechend ein, wird festgehalten. Keine Ahnung, wie die Technik hinter so einem Space Elevator funktionieren soll, aber ihr seht eben auch ganz kurz, 50 intelligente Beschichtungen werden jetzt hier gebraucht und wir gucken mal ganz kurz in die, in die entsprechenden Fabrikatoren und da sind wir bei 20 und beim anderen dann auch bei 20, das heißt, es fehlen hier nur 5 und dann geht es halt auch schon los, dass wir den Weltraumlift hochschicken können. Musik 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 Übrigens, falls ihr euch fragt, was ich da gerade probiere, ist, ich möchte die Kupferproduktion erweitern, damit wir später die Kupferbleche dazu bekommen und ja, offensichtlich gelingt es mir nicht, weil ich, oder es fehlen halt noch ein paar Materialien dazu und die haben wir jetzt hergestellt, jetzt gehen wir schnell zu den intelligenten Beschichtungen, ihr seht, die Fabrikatoren sind gelb, das heißt, es ist fertig, wir nehmen hier die 25 und da die 25 und jetzt, liebe Leute, endlich geht es Richtung Weltraumlift, da fällt mir ein, Mensch, das ist aber nicht so cool, dass ich da über die Leiter hoch muss, ich habe ja noch Rampen, da wähle ich rechts das Betonfundament aus, damit sie immer Beton sind, das war auch nur eine Frage in den Kommentaren, ich glaube Triss hat das geschrieben, wie ich das mache, warum ich dann erst die Metallfundamente baue, also mit zwei Metall, fünf Beton und dann sie auf Beton, das ist doch irgendwie nicht so cool, das kann man auch direkt machen. Hier, genau, die 50 intelligenten Beschichtungen sind drin, da muss man zweimal den Hebel nach unten drücken und jetzt wird das Ding einmal, ihr seht es jetzt, mit ein bisschen Power und bang, wird es einmal hochgeschossen. So, man muss sich das so vorstellen, dass man hier unten quasi diese ganzen Produkte herstellt und dann mit diesem Space Elevator hoch schiebt. Die nächste Stufe braucht 500 intelligente Beschichtungen und spätestens da fängt man nicht mehr an, das irgendwie in zwei Fabrikatoren reinzuwerfen, von daher, da muss man dann automatisieren. Unser nächster Ansatz ist natürlich hier die Kohlenergie, weil ich überhaupt gar keine Lust mehr habe, mich mit Biomasse zu beschäftigen und ihr seht schon, da gibt es dann einiges mehr, später noch die einfache Startproduktion und dann verbessert der Nahkampf mit Inventarplätzen und so weiter. Also bei manchen Forschungen, auch im Hub, gibt es mehr Inventarplätze, ja und dann werden wir jetzt hier gleich die Kohlenergie, denke ich, uns auswählen. Fixed Blaupausen, habe ich gedacht, wird uns hier in diesem Playthrough super weiterführen, weil ich ja auch einige Blaupausen gemacht habe, aber ne, also leider, das kann ich jetzt schon was spoilern, das wird nicht der Fall sein, wir werden Blaupausen nutzen, aber nicht die, ich sag mal, vorher hergestellten, von daher, ne. So, jetzt haben wir das soweit fertig, ne, jetzt müssen wir hier oben, ihr seht schon, Kohlenergie, brauchen wir ein bisschen was, ne, 150 von den versteckten Eisenplatten, wir brauchen 50 Protonen, 300 Kabel, Kabel ist kein Problem, aber die anderen Sachen, die würde ich gerne automatisieren, deswegen müssen wir unser Eisen, ne, unsere kleine rudimentäre Eisenproduktion, die wir hatten, jetzt mal so ein bisschen auf ein bisschen professionellere Beine stellen und dazu nutzen wir dann auch gleich Satisfactory Tools. Ihr seht aber hier, hier werde ich in erster Linie jetzt erstmal die Kupferbleche versuchen zu bauen, beziehungsweise, die habe ich noch gar nicht, muss ich mal gleich gucken, aber auf jeden Fall erweitere ich jetzt hier die Kupferproduktion, ich denke, ich bin der Meinung, das waren die Kupferbleche, wir werden es gleich sehen. Musik recht hatte ich ja man möchte ja meine ich kenne mein eigenes let's play aber tatsächlich sind wir schon on stream teilweise sehr weit und ich bin so ein bisschen im verzug mit dem aufnehmen daher sieht es mir bitte nach entschuldigt wir haben jetzt die kupferbleche natürlich reingepackt auch logischerweise weil wir die später benötigen für rohre und aber auch für ki begrenzer nun ki begrenzer bilden ja die grundlage zusammen mit rotoren für die intelligenten splitter die natürlich später ganz viele neue konstruktionen ermöglichen zum beispiel ein zentraler von daher das ist immer gut hier kommt man gleich rein aha nur noch zwei bio treibstoff drin das heißt wir haben einen stromausfall quasi vorprogrammiert und ja hier steht es auch hier pro minute werden quasi gerade verbraucht wenn ihr dann auf diese linien geachtet habt das graue ist wie viel können wir produzieren und das blaue ist wie viel würden wir benötigen denn alles was wir am stromnetzwerk dran haben an ist und bei 100 prozent läuft solange grau über blau ist kann ich überhaupt nichts passieren wenn blau über grau ist so nur ein klein bisschen ist das auch okay weil in der regel nie alles zu 100 prozent läuft ich meine das ist das was ich zwar immer predige beziehungsweise auch immer probiere immer 100 prozent auslastung aber es kann natürlich sein dass es für euch nicht der fall jetzt gerade wenn ihr die ratios nicht wirklich beachtet und so weiter so mit erweitern wir noch mal so ein bisschen den walkway dass wir recht entspannt hier hoch kommt zum spacelift ich weiß gar nicht das später noch mal abreißen aber auf jeden fall dass wir auch nicht runter fallen und all das habe ich überhaupt keinen keinen bock drauf ihr seht ihr übrigens sicher und durchgebrannt ganz klar da müssen wir jetzt auch gleich wieder ran und dann geht das hier auch weiter und dann werden wir uns demnächst an das eisen redesignen wagen so Musik 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 So ihr Lieben, jetzt ist es soweit und jetzt gibt es auch ein kleines, ja, kleinen Exkurs, möchte ich sagen. Und zwar könnt ihr über mein Wiki, ne, wiki.chuki.tv, seht ihr hier unter die Satisfactory Calculator alle möglichen Sachen, ne. Vom ersten Let's Play, wo die ganzen Blueprints drin sind, die ich da gebaut habe und so weiter und so fort. Und da gucke ich mir das dann immer an. Das hier ist zum Beispiel ein falscher Blueprint, weil ich brauche 10 Smart Play Dings, deswegen gehe ich in den Blueprint der Masterclass rein. Die haben wir hier. Und da findet ihr dann entsprechend die Blueprints zu den entsprechenden Masterclass. Und wir brauchen hier Dwight the Eisentower Light. Und, ähm, ja, am Anfang sind es diese 4 Smart Play Dings. Wir möchten dann aber eigentlich schon auf die 10 Smart Play Dings hoch und werden das entsprechend dann sozusagen gleich nochmal umbauen. Aber wichtig ist, das mache ich halt hier immer in Satisfactory Tools. Das ist mein Go-To-Calculator. Es gibt auch noch den Satisfactory Calculator. Ja, der heißt auch so, da könnt ihr auch eure Save Games reinladen, eure Map editieren, tausende Sachen machen. Ähm, aber auch solche Produktionen planen. Aber den finde ich nicht so optisch ansprechend. Wenn ihr den hier nutzt, ähm, stellt sicher, dass oben Update 6 Experimental ist. Warum Update 6 und nicht Update 7? Ne, Mensch Tucki, wir sind doch schon in Update 7. Ja, aber Update 6 zu Update 7 hat nicht wirklich viel an den Rezepten geändert. Update 6 gab es nochmal viele neue Rezepte. Stichwort Waffen und Munition. Aber Update 7 hat da nicht wirklich was gemacht. So, und, äh, das ist das, was wir jetzt produzieren wollen. Ne, Eisenplatten, Eisenstangen, verstärkte Eisenplatten, Rotoren, modulare Rahmen und intelligente Beschichtungen. Leider gibt es diese Tools nur auf Englisch. Aber Leute, das kriegt ihr hin, bin ich mir sehr sicher. Ihr seht unten auch nochmal die Reiter, ähm, mit Power und Items und Buildings. Da könnt ihr nochmal Übersichten haben oder, äh, euch anschauen, wie viel jetzt, äh, dieser ganze Aufbau zum Beispiel an Strom verbraucht. Wenn ihr da mehr Infos braucht, checkt, äh, meine Playlist mit den Tutorials ab. Da ist auch ein Calculator-Tutorial drin, wo ich das alles nochmal ganz in Ruhe erkläre. So, ja, na, jetzt nehmen wir das natürlich hier alles weg. Da haben wir jetzt noch ein paar, äh, verstärkte Eisenplatten. Weil, die versteckten Eisenplatten sind sozusagen die Geißel des Early Games. Du brauchst sie für Mark II und sie werden in einem Fabrikator hergestellt. Ja, das ist schon mal scheiße, ne? Ähm, warum? Weil das nächste Tier, und zwar die Mark III Förderbänder, die werden einfach nur in einem Konstruktor hergestellt. Und zwar nicht die Förderbänder selber, ne, bevor jetzt die Kommentare wieder explodieren, sondern die Stahlträger, die ihr für die Förderbänder benötigt. Und deswegen, finde ich, sind Mark III Förderbänder einfacher zu produzieren, als die, ähm, Mark II Förderbänder. Und deswegen versuche ich auch immer recht schnell in Stahl reinzukommen, damit man das hat. Aber leider bis dahin braucht man halt die versteckten Eisenplatten en masse. Also, frühzeitig eine Produktion dazu aufbauen, macht Sinn. Und, äh, ja, klar, man braucht für die Förderbänder, in dem Fall für die Mark III Förderbänder, braucht man Stahl. Aber, äh, Stahlbarren macht man einfach nur aus Kohle und Eisenerz. Und, äh, dementsprechend, ja, du brauchst eine Gießerei, ja, da kann man sich auch drüber streiten, was ist jetzt schlimmer. Aber ich finde irgendwie, ähm, die Gießerei viel angenehmer, weil du da halt auch die gesamten Stahlbarren machst für alle anderen Produkte. Und, äh, nicht in der Fabrikator, der halt nur für dieses eine Produkt versteckte Eisenplatten dann notwendig ist, ne? Deswegen, mein Favorit, Mark III, ist im Early Game einfach, ja, damit wir mal mit Early Game. Ne? Stahl ist ja jetzt nicht zu vernachlässigen, aber, äh, finde ich super angenehm. Leider sind wir da noch nicht. Und ihr werdet es jetzt auch im Laufe der Zeit merken, dass die versteckten Eisenplatten immer wieder unser Engpass hier werden. Nun, dann, äh, kann ich euch nur den Tipp geben, macht das, äh, ein bisschen schlauer bei euch. Ich nehme das jetzt hier übrigens alles wieder weg, ne? Weil ich jetzt hier alles aufbauen möchte, hab jetzt gerade auch die Grundfläche nochmal erweitert und möchte jetzt hier einfach, äh, entsprechend die, ja, sag schnell, die, die Eisenproduktion hier aufbauen. Ne? Genug Eisen, äh, Erzvorkommen haben wir. Und jetzt geht es daran, das alles einfach nochmal aufzubauen. Ähm, ihr werdet jetzt ab und zu auch den Calculator sehen, ähm, wie ich denn da nochmal nachschaue, wie ich das alles aufbauen möchte und so weiter und so fort. Bis dahin, einfach genießen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. so als nächstes folgen zwei kleine exkursionen noch mal rein in den calculator und zwar kurzer aufbau beziehungsweise wie machen wir das ich gebe jetzt hier roto ein sage wie viel ich oder nein ich sage nicht wie viel ich haben will vor eingestellt sind immer zehn und leider auf englisch mit verstärkt komme ich da nicht weiter muss ich reinforced plates nehmen und dann hier unten die modular frames auch noch mal zehn so und jetzt kann ich hier in diesem menü sagen ich habe nicht 70.000 iron sondern nur 120 und plötzlich kann er mir kein result quasi berechnen erst wenn ich alles auf zwei runter mache dann kann er was berechnen weil er bräuchte viel mehr eisen eigentlich um das herzustellen aber war die zwei von jedem das geht mit einer 120er quelle ihr seht unten links iron ohr brauchen wir nur 94,5 die minute und jetzt mache ich das meiste mal so dass ich mich annähere man kann auch sagen ich möchte immer das maximale rausholen da gibt es auch eine einstellung für und auch die reihenfolge der items spielt eine rolle ihr seht links nehmen zum beispiel roto an diesen kleinen pfeil damit könntet ihr den roto ein nach unten schieben oder nach ganz unten und dementsprechend weniger priorität hat so was ich immer mache ich verschiebe das immer so ein bisschen diese knoten damit ich ein bisschen übersicht habe das könnt ihr natürlich machen wir wollen aber da seht ihr denn die entsprechenden sachen und zum schluss noch mal genau iron rots brauche ich noch zehn stück ist wieder zu viel zwei stück gehen klar da brauche ich dann nur über 119 jetzt 120 jetzt haben wir 120 eisenerz die reingehen und dann kriegen wir halt 42 23 raus und ich glaube das reicht mir sogar erst mal dass das alles läuft wohlwissend dass beispielsweise schrauben und so weiter die sind jetzt quasi erst mal raus aber dafür habe ich halt auch eine andere produktion was ich jetzt hier mache ist ich nehme die dritte mine die reine 120 kann ich ja auch nur produzieren beziehungsweise verarbeiten weil ich nur mark zwei bände habe und dementsprechend ist das der aufbau den wir jetzt hier machen genau ja ich habe eben noch mal gesagt ab den sechs experimente muss sein dann habe ich hier noch so andere sachen aber theoretisch ist das jetzt erstmal das wie wir das hier alles starten wollen ihr seht es wenn auch schrauben und so weiter gemacht hätte jetzt auch noch alternative rezepte dazu bringen können aber welches habe ich denn ich habe nur dieses verstärkte eisenplatte mit draht das kupfer möchte ich kupfer in eine pure eisen produktion mit reinbringen nein by the way die neuen himmelskörper die jetzt am nachthimmel sind die sind auch neu ich glaube mit ab den sechs wurden sie eingeführt die neue skybox sehr schön und übrigens auch kleiner easter egg wenn ihr in den foto modus geht und hier auf den lavaplaneten drauf besucht wir waren gleich noch mal ein bisschen besser zu sehen ist dann seht ihr auf der oberfläche so kleine texturen da oben seht ihr es genau in der mitte das ist ein hub oder ein konstruktor so wird das zumindest vermutet und davon gibt es zwei oder drei plätze auf diesem lavaplaneten mit anderen worten ist das entweder ein lavaplanet oder war das mal genauso ein planet wie wir wo fixit quasi sich niedergelassen hat und den planeten so weit ausgebeutet hat dass er jetzt nur noch diese leblose hülle eines planeten ist man weiß es nicht ich denke mit 1 0 wenn denn die story endlich kommt und das sammert die mercer sphers die sommer sloops alle eine rolle spielen vielleicht wird es dann ja ein bisschen genauer oder ein bisschen ja wird es ein bisschen klarer was ich mir natürlich vorstellen kann dass in der letzten space elevator stufe danach irgendwie der planet vielleicht explodiert oder sowas oder dann genauso aussieht naja also aktuell by the way arbeiten ja alle an an 1 0 und update 8 das wird natürlich jetzt hier wenn ihr das irgendwann seht nachdem das alles released ist hier dann werdet ihr das wahrscheinlich schon alles wissen aber zu dem zeitpunkt der aufnahme ist es so dass jetzt ab nächster woche die teaser zu update 8 beginnen und ich bin sehr gespannt was dort gebaut wird oder beziehungsweise angekündigt wird so dann lasse ich euch mal wieder einen kleinen moment alleine während ich hier die aufbauten mache für die produktion die wir eben im calculator oder in den set des factory tools gesehen haben und und Musik 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 Weil ich es gerade sehe, ihr könnt natürlich zum Beispiel die Fusionatoren immer ganz, ähm, ganz gut platzieren, indem ihr einfach die Pfeile abgleicht mit den Ausgangspfeilen des Schmelzofens, ne? Die überlagern sich dann und das passt dann auch und ihr habt halt auch noch genug Platz zwischen Fusionator und Schmelzofen, um dort das, äh, Fließband zu setzen, es geht sogar noch einen Step weiter rein, auch dann könnt ihr das Fließband setzen, das würde ich euch aber nur empfehlen, wenn wirklich Platz eine Rolle spielt, ähm, und ihr, ja, einfach, weil es viel zu eng ist, ne? Also generell immer versuchen, zumindest da so ein bisschen Platz zu lassen, denn wenn ihr später vielleicht die, ähm, Förderbänder upgraden wollt, dann könnt ihr das tun, das könnt ihr nicht tun, wenn der, wenn das Förderband mit dem Konstruktor, äh, mit dem Schmelzofen und dem Fusionator quasi verschwunden ist, ne? Jo, genau. Hier hab ich irgendwie, genau, warum hab ich hier eigentlich noch die Eisenrods 3 dazu gepackt? Naja, damit ich auf die 120 Eisen die Minute komme. Ich hätte das natürlich auch lassen können, aber so werden halt nochmal die Eisenrods gebaut. Perfekt. So, und jetzt werden hier nochmal die restlichen Konstruktoren aufgebaut und im Großen und Ganzen, also wir werden es heute nicht schaffen zu beenden, zumindest nicht in dieser Folge, dann geht es in der nächsten Folge auf jeden Fall mit weiter und, ähm, ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. So, und jetzt werden wir hier. 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 Musik 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 Jetzt auch nochmal eine ganz interessante Sache, die Animation der Konstruktoren, die, wenn ihr direkt davor steht, seht ihr das? Richtig schön smooth, ja. Geht ihr aber zurück ein paar Meter, jetzt so wie ich zum Beispiel jetzt hier auf der Basis so und nutzt den Fotomodus, um heranzuzoomen, dann seht ihr das. Musik Das ist jetzt eine hakelige Animation, das ist jetzt aber auch kein Fehler, das ist ressourcensparend für euren Computer, weil der muss jetzt hier nicht 40 oder 60 Bilder die Sekunde rendern in der Animation, sondern wahrscheinlich nur 10. Musik Deswegen halt diese stockende Animation für euer Auge sozusagen da ist. Das ist aber in dem Fall für euch gut, weil überlegt euch mal, wenn ihr davon jetzt irgendwie 120 Konstruktoren habt und alle müssen diese Animation machen, dann macht irgendwann eure Grafikkarte und eure CPU mal die Hacken hoch. Das ist natürlich auch nicht cool. Deswegen ist das im Prinzip ein Trick der Spieleentwicklung, um da so ein bisschen Entlastung für eure Hardware zu schaffen. So, ja, Konstruktoren hier nochmal rein und wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende der heutigen Episode. Ich lasse quasi den Vergangenheits-Chucki hier nochmal so ein bisschen bauen und melde mich zum Ende wieder. Ja, oder halt auch ein bisschen früher, ne, ähm, hier gerade wieder ein Skip der versteckten Eisenplatten, die ich gerade wieder umständlich selber craften musste, weil wir einfach so viel benötigen, ne. Gerade jetzt auch für, ähm, die entsprechenden, äh, sag schnell, die Förderbänder, ähm, brauchen wir halt, ne. Wir brauchen die 120er, dementsprechend brauchen wir die versteckten Eisenplatten. So, und während ich jetzt hier noch hin und her slide und entsprechend die Sachen, ähm, jetzt hier quasi baue, ähm, verabschiede ich mich schon mal, ne. Ja, liebe Leute, danke fürs Einschalten, wie immer freue ich mich, dass ihr den Weg auf diesem Kanal findet und, äh, gerne, äh, in die Kommentare schreiben, was euch gefällt, was nicht gefällt. Ähm, ich lerne immer dazu, dieses Neufall hat es nach wie vor ungewohnt für mich und ich hab das Gefühl, manchmal rede ich zu viel, manchmal rede ich zu wenig, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen, ihr könnt was lernen aus der ganzen Geschichte. Ähm, mir macht es auf jeden Fall Spaß, ähm, das hier nochmal sozusagen mit euch nochmal zu erleben, zu begleiten. Ähm, bald kommt auch, äh, das Kohlekraftwerk und muss ich sagen, das ist eine Sache, darauf könnt ihr euch schon mal freuen und, ähm, ähm, ja, das macht mir immer sehr viel Spaß, das aufzubauen. Von daher, Leute, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, genießt ihn und, ähm, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein kleines Abo natürlich immer sehr freuen, das hilft mir und dem Algorithmus. Habt auf jeden Fall, wie gesagt, noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Factory Prime. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, euer Tucki.